Ja, hey, toll. So viele Leute sind gekommen. Herzlich willkommen im Hubraum. Sie dürfen klatschen, Sie dürfen ausrasten, Sie dürfen sich freuen. Wir klatschen ganz besonders für unsere Gastgeber. Wir haben heute hier die internationale Hochschule, IU, die uns eingeladen hat, in den Hubraum zu kommen von der Deutschen Telekom. Und da begrüße ich als allererstes mal Axel Menneking. Kommen Sie zu mir auf die Bühne, bitte. Herr Menneking, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Erzählen Sie uns bitte, was wir hier haben. Normalerweise kenne ich Hubraum nur vom Auto. Das ist aber nicht wahr, sondern wir haben hier ein Hub. Sie arbeiten ja schon, forschen zu künstlicher Intelligenz, unterstützen hier Start-ups. Was ist das hier für ein Raum? Vielen Dank und herzlich willkommen von meiner Seite auch im Namen der Deutschen Telekom. Ja, Hubraum ist die Marke und das Programm der Deutschen Telekom, um mit jungen Start-ups zusammenzuarbeiten. Und wir scouten jedes Jahr international, global mehrere hundert Start-ups. Und mit einigen arbeiten wir dann zusammen, um deren Lösungen zusammen unseren Kunden dann anzubieten. Warum machen wir das? Ganz einfach, wenn die Geschwindigkeit der Innovation, der Veränderung außerhalb eines Unternehmens viel höher ist als innerhalb des Unternehmens, dann bleibt nur eins übrig, sich zu öffnen. Und den anfassbaren Beweis haben Sie alle in Ihrer Hosentasche oder Tasche. Dieses Smartphone, wenn Sie gucken, wie viele Apps es dafür gibt, kein Unternehmen dieser Welt hätte diese Apps selbst erstellen können. Diese offene Innovation ist lebensüberlebensnotwendig und deswegen existieren wir und sind sozusagen die Speerspitze in das junge Start-up-Ökosystem hinein. Ja, aber Innovation muss auch anfassbar werden, auch künstliche Intelligenz muss anfassbar werden. Deswegen haben wir auch diesen physischen Ort, um freies und offenes Denken, Diversität und Neugier und Lernbereitschaft zusammenzubringen. Von außerhalb des Unternehmens, mit jungen Gründern und ihren Ideen, von innerhalb des Unternehmens oder zu Veranstaltungen wie heute, wo wir uns sehr freuen, dass Sie dieses Angebot annehmen. Und ich wünsche Ihnen eine spannende, lehrreiche, interessante Veranstaltung und bin gespannt auf das Programm. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Manneking. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Sven Schütt, herzlich willkommen. Ja, Herr Schütt, ganz kurz die Frage. Revolution? Auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Ich bin ja, ich bin ja ein AI-Enthusiast, wie man das vielleicht so sagen würde. Und ich glaube aber tatsächlich, dass dies die größte Revolution oder Disruption ist, die wahrscheinlich die Welt insgesamt gesehen hat. Mein Vergleich ist immer nicht wie das Internet und der Computer, sondern wie das Internet und der Computer zusammen und gleichzeitig aber auch in einer Geschwindigkeit, wie das die Welt noch nicht gesehen hat. Das liegt einerseits liegt, das liegt einerseits daran, das liegt, das liegt einerseits daran, dass in Summe alles sich beschleunigt. Das liegt einerseits daran, dass in Summe alles sich beschleunigt. Aber wenn man jetzt die letzten sechs Monate, seitdem es am Ende Chat-GPT gibt, anschaut, ist das eine Disruption, wo es wahrscheinlich auch für einige hier im Raum, also vor allem weiß ich das genau, auch wirklich mindboggling Neudeutsch ist, überhaupt schnell genug hinterher zu schauen, was da wieder an neuen Disruptionen entstanden ist. Und, super, dankeschön. Um das zu illustrieren, möchte ich einerseits genau diesen Punkt so ein bisschen deutlicher machen. Wir sind auf dem Weg zur AGI, Artificial General Intelligence. Und als jemand, der mal in dem Bereich so einigermaßen promoviert hat, das war ungefähr noch hier unten, als ich das getan habe, vor ungefähr 20 Jahren. Und das hat sich jetzt schnell entwickelt. Und wenn wir über Menschen nachdenken, man denkt ja immer, es gibt unglaublich schlaue und unglaublich dumme Menschen oder vielleicht talenthafte und talentfreie Menschen. Aber in Wahrheit ist der Unterschied sehr, sehr gering. Und wenn jetzt der Unterschied zwischen Chat-GPT und jetzt GPT 4.0, wenn man sich alleine den anschaut, wie sehr sich dadurch Performance in menschlichen Tests verbessert hat, und das ist hier auf diesem Slide, dann ist das auch wiederum mindboggling. Hier sehen Sie, wie Chat-GPT oder GPT 4.0 im Vergleich zu einer Reihe von menschlichen, also Menschen in verschiedenen Tests performt. Und quasi in allen Bereichen ist GPT 4.0 deutlich besser. Und das sind alles Tests, die von Experten genommen werden. Das größte, bekannteste Beispiel ist sozusagen der Law, also der American Bar Exam, das ist sozusagen äquivalent des deutschen Staatsexamen, des zweiten Staatsexamen im Recht. Aber hier das erste ist Theory of Mind und so weiter und so fort. Also als jemand, der auch mal Physik studiert hat, kann man sagen, es gibt hier einen Test, das ist Quantum Computing, Quantum Information Exam. Da ist es noch leicht besser, der Mensch, aber wir reden auch über tatsächlich Experten um einen Prozentpunkt. Und ganz unten, so im Bereich Come Sense, Inference und Knowledge Come Sense, sind auch Menschen im Schnitt noch leicht besser. Aber zumindest würde ich wetten, also mit jedem hier, um beliebiges, dass in 90 Prozent dieser Tests diese GPT 4 besser ist als 90 Prozent von uns, die wir hier in diesem Raum sind. Also mich auf jeden Fall eingeschlossen. Und was bedeutet das fürs Lernen? Es gibt im Lernen eine Reihe von, also ich nenne das jetzt mal Holy Grails, also sehr schweren Problemen, die bislang eigentlich nicht lösbar waren. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie diese Technologie das ändert, dann ist das etwas, was ich vor auf jeden Fall einem Jahr und wahrscheinlich sogar noch vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Und damit zeigt es aber auch, dass diese Technologie, und das hat Raphael vorhin schon gesagt, wahrscheinlich am allerstärksten diesen Sektor disruptiert. Ich gehe nicht durch alle Punkte durch, aber die ersten zwei, also auf der einen Seite, affordable education oder in Summe Zugang zu Bildung, ist etwas, was in Summe in allen Gesellschaften eine Herausforderung ist. Und glücklicherweise in vielen weiterentwickelten Gesellschaften etwas weniger, aber auch hier gibt es, in Deutschland gibt es sehr viele Unterschiede. Kinder, die von, weiß ich nicht, aus Akademikerhäusern geboren sind, haben zehnmal mehr die Chance, eine Promotion abzuschließen, als dass Kinder aus nicht akademischen Haushalten haben. Und also, wir haben hier ein paar Akademiker unter uns, ich bin auch einer, und ich bin auch aus dem akademischen Haushalt, also wir können jetzt mal hier einen kleinen Benchmark-Test unter denen, die promoviert haben, machen. Und insofern ist das jetzt erstmal eine Möglichkeit, affordable education wirklich weltweit auf einem anderen Niveau anzubieten, als das jemals vorher denkbar war. Personalized Learning ist wahrscheinlich das naheliegendste, auch offensichtlichste, aber auch gleichzeitig dramatischste, im Sinne von, man kann wirklich jeden Menschen jetzt da abholen, wo sie oder er steht mit seinem Wissen und dahin bringen, wo sie oder er hin will. Nämlich auch genau das Spezielle, auf die spezielle Berufssituation, Anwendungssituation, ausgerichtete Lernen und auch das war vorher einfach undenkbar. Und den letzten Punkt raus, Lifelong Learning, wir führen das ja auch gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durch. Ich war da auch mal in dieser Organisation und das ist ja auch eine Organisation, die versucht, dieses Thema sozusagen so gut das möglich ist, nach vorne zu bringen. Lifelong Learning ist eine riesen Herausforderung, also Lifelong Learning ist ja so ein Ausdruck, den wahrscheinlich alle ein bisschen zucken, wenn sie ihn wiederhören, weil er doch schon so lange, also abgedroschen, nicht im negativen Sinne, aber versucht wird ohne Erfolg. Und auch hier ist das, glaube ich, erstmals eine Chance, Lifelong Learning wirklich real zu machen. Und warum das so ist, vielleicht hier noch einige der weiteren, also die Holy Grails 6 bis 10, gehe ich auch nicht durch alle durch, aber vor allen Dingen aufgrund des Punktes 8. Eine der Herausforderungen für uns als Bildungsinstitution, aber auch quasi für jede andere, für jede Schule, für jede Lehrperson ist, wie schaffe ich es, meinen Lernenden Begeisterung fürs Lernen und in Summe, also Neudeutsch Growth Mindsets zu vermitteln. Und auch da kann diese Technologie Menschen für Lernen in einer Form begeistern, indem, weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt für Pferde interessiere, dann sind halt alle meine Lernbeispiele Pferde. Oder wenn ich mich für Autos interessiere oder was auch immer, wofür ich mich interessiere, ich habe mal viel Schach gespielt, dann ist das halt immer sozusagen aus diesem speziellen Bereich. Und damit kann ich Menschen einfach dafür begeistern. Und was ich auch erstmals kann, das ist hier der Punkt 8, Verbindung von Theorie, sollte Punkt 9 sein, das ist falsch, Verbindung von Theorie und Praxis oder anders formuliert formellen und informellen Lernen. Das ist eine auch sehr, sehr große Herausforderung für jede Bildungsinstitution, also insbesondere Hochschulen, aber natürlich auch andere formale Bildungsinstitutionen, Berufsausbildung. Wie verbinde ich jetzt wirklich das, was ich im Klassenraum lerne, mit dem, was ich sozusagen in der wirklichen Welt erfahre oder auch in jedem Corporate Training Umfeld? Und auch dafür gibt es jetzt erstmals die Möglichkeit. Und last but not least, auch das ist ein Thema, was natürlich alle denken, ja, sollte mehr interdisziplinäres Lernen passieren. Aber das scheitert zumindest, wenn es um Experten geht, einfach an dem am Ende beschränkten Expertenwissen, das jeder von uns hat. Niemand kann jedes Thema in der Tiefe überreißen. Und diese Technologie ermöglicht es jetzt erstmals, wirklich alle Themen, die es auf der Welt gibt, tatsächlich in einer am Ende ja LLM-Lernmaschine zu integrieren und damit auch wirklich interdisziplinäre Verbindungen herzustellen, wie das de facto kein einzelner Mensch kann. Das sind sozusagen die Holy Grails. Und wir freuen uns natürlich, das ist unsere Mission und Vision. Hinterher kann man sagen, ist man immer schlauer, so ist das auch. Aber wir haben die jetzt schon viele Jahre. So, dass wir auf der einen Seite die Personalisierung des Lernens für Menschen als Kern dessen sehen, was wir tun wollen, aber auch als quasi Kehrseite der Medaille Zugang zu Bildung oder Demokratisierung von Bildung über Everybody can access education to grow sehen. Und diese beiden Themen, wie anfangs gesagt, ermöglichen jetzt eine Veränderung in einer Form, wie sie vorher nie möglich gewesen wäre. Und insofern freuen wir uns natürlich auch ganz besonders darüber, was bedeutet es aus unserer Sicht für Bildungsinstitutionen. Auf der einen Seite geht es darum, wie man lernt, aber es ist aus unserer Meinung nach genauso wichtig, was wir lernen oder was wir lernen sollen. Und zum Thema, wie man lernt, werden wir nachher auch noch einen Breakout haben vom Quintus Stierstorfer, der bei uns das Thema verantwortet. Wie das ausschaut, da sage ich nur kurz was zu. Und auf der anderen Seite, was gelernt werden muss, ändert sich natürlich durch diese Disruption auch dramatisch. Damit kommen wir eben zu dem zweiten Themenfeld, was wir hier beleuchten wollen, nämlich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wenn das jetzt sozusagen von allen Unternehmen angenommen wird und in die Wertschöpferung eingebaut wird, dann verändert sich natürlich die Art und Weise, wie wir alle arbeiten. Meine Art und Weise, wie ich arbeite, hat sich dramatisch seit ChatGPT geändert. Es ist ein bisschen traurig, könnte man sagen, aber mein bester Kollege ist jetzt ChatGPT, mit dem ich am meisten interagiere. Und das gilt natürlich für viele Personen. Also ich könnte jetzt eine kleine Umfrage in diesem Raum machen. Und damit werden ganz andere Kompetenzen wichtiger. Dazu gleich mehr. Wie gesagt, wir haben schon mittlerweile vor über einem Jahr ein Teaching Companion entwickelt, wir nennen diesen Synthere, so schaut es aus. Wir werden immer gefragt, könnt ihr nicht auch mal andere dazu nehmen? Ja, machen wir. Und diese Teaching Body hilft unseren Studierenden, einerseits einfache Fragen zu antworten und über die Zeit haben wir das jetzt weiterentwickelt mit den neuen Möglichkeiten, dass es auch tatsächlich sozusagen so einen sokratischen Lernprozess ermöglicht und damit eben diese Personalisierung, wie sie offensichtlich dann vor rund 2000 Jahren Sokrates schon mal gemacht haben soll. Das war aber ja leider nicht zugänglich für alle, sondern nur für eine sehr kleine Gruppe in Athen. Und dann haben sie ihn auch umgebracht. Aber das ist nun über Synthere eben am Ende für jeden Mensch auf der Welt hoffentlich, also sofern sie mit uns studieren, auch zugänglich. Die Frage ist, was Menschen lernen sollen. Das ist sehr schwer. Das ist die beste Studie, die ich zumindest kurzfristig aus den letzten Monaten dazu kenne, ist von Microsoft gemacht worden. Das heißt, eine Umfrage, welche Kompetenzen glauben Führungskräfte, die in dem Umfeld arbeiten, die Menschen in der Zukunft haben müssen. Da sind viele Sachen, die wir auch schon kennen, auch schon vor dieser sozusagen AI Revolution, zum Beispiel eine Flexibility Judgment. Aber neu dazugekommen ist auf jeden Fall Bias Detection und AI Delegation als Prompt Design. Ob das wirklich langfristig so ist, wissen wir heute nicht. Aber man sieht daran, dass sich die Art dessen, wofür wir ausbilden müssen, sich einfach sehr, sehr schnell ändert. Und umgekehrt, wir hatten vorhin gerade mit der Diana Knotel eine Diskussion, wie schnell ändert sich das Schulsystem. Das ändert sich sehr, sehr langsam. Auch Hochschulen ändern ihre Curricula leider sehr langsam. Und wir selber versuchen das aber so schnell und so gut vorhersehen, wie möglich zu machen. Und das ist eine Studie, die wir vor kurzem gemacht haben, über das Interesse von sowohl jungen Menschen, die sozusagen noch in der Schule sind, als auch älteren Beschäftigten, die sich für Bildung interessieren. Und hier sieht man ungefähr, dass fast die Hälfte der jungen Menschen und knapp über die Hälfte von Erwachsenen glauben, ein Lernangebot sollte künstliche Intelligenz beinhalten. Also wir zum Beispiel führen jetzt auch in allen unseren Studienprogrammen künstliche Intelligenz erstmal Wahlmodule ein und natürlich auch viele Studienprogramme, die grundsätzlich um künstliche Intelligenz herumranken. Und das ist schon auch eine Riesenherausforderung, Menschen mit dieser Technologie vertraut zu machen und damit ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das Maximale zu nutzen. Und damit glaube ich insgesamt, und wahrscheinlich haben wir hier sehr wenige, die mir sehr widersprechen würden, dass diese Veränderung so disruptiv ist, dass sie für jeden, der in Organisationen arbeitet, also das wichtigste Thema sein sollte. Wir selber haben sozusagen eine GPT, Over All Transformation, ins Leben gerufen, nicht nur im Lernen, sondern auch in unserer gesamten Organisation. Und das ist auch einer der Grund, warum wir diese Veranstaltung hier ausrichten, auch zusammen, wie gesagt, mit der Bundesagentur und mit Unterstützung von unseren Kollegen von McKinsey, weil es insbesondere in Deutschland leider noch nicht so, sagen wir mal, präsent in vielen Unternehmen ist. Man sieht das schon. Und vorhin hat auch Raphael eingangs gesagt, ja, das ist so ein Thema, das vielleicht kommt es, vielleicht geht es. Das ist sozusagen in der öffentlichen Debatte noch nicht so angekommen, dass das eben eine so große Disruption ist, wie ich glaube. Aber ich kann natürlich nicht recht haben und wie das jetzt weitergeht, hören wir, glaube ich, jetzt gleich von dem nächsten Redner. Vielen Dank, Sven Schütt.